Herzlich willkommen im Atelier Lichtzeichen. Ich habe das Atelier 1993 gegründet. Das Atelier gehört zur Alsterarbeit, eine Werkstatt für behinderte Menschen. Am Anfang war es eine Malgruppe mit fünf mehrfach behinderten Menschen, die auf Raufasertapete erste Bilder malten. Nach zehn Jahren zogen wir in dieses Atelier. 200 Quadratmeter stehen uns zur Verfügung. 19 Künstler mit den unterschiedlichsten Behinderungen arbeiten hier zusammen. In dieser Form in Deutschland einmalig. Etwa 700 Gemälde finden Sie hier vor Ort. Hochwertige Acrylfarben und Pigmente auf doppelte Keilrahmen oder auf Malkarton. Kreativität kennt keine Grenzen. Das Atelier hat sich in der Hamburger Kunstszene einen Namen gemacht. Über 20 Ausstellungen machen wir jedes Jahr. Wir haben einen Kundenstamm von 4000 zufriedenen Kunden. Wir verkaufen nicht nur, wir verleihen auch Gemälde an Firmen und Privatpersonen. Ich möchte Sie einladen, unser Atelier zu besuchen, montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr oder auf einer unserer zahlreichen Ausstellungen oder im Internet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald!